Mein Name ist Sven Bender, ich bin der zuständige Serviceleiter hier am Standort Dielsdorf bei der Hedin Automotive. Meine Aufgabe sind es, im Tagesgeschäft meine Lütz zu betreuen, also die Check-In, die Dame und die Serviceberater, die ihre Termine bearbeiten und für Fragen für sie da sind. Ich vergleiche meine Arbeit immer wie so ein Fußballmatch, da gibt es einen Trainer, da gibt es einen Platzwart, da gibt es Spieler und im Prinzip ist es das gleiche so. Ich schaue dafür, dass der Boden parat ist, dass keine Stolperfalle da sind, dass die Spieler wissen, wo sie hinspielen müssen, wo das Tor ist und dass sie alle gut verpflegt sind. Das ist ein guter Vergleich, denke ich mir mal. Ich danke euch, ich freue mich auf euch und willkommen.